So, jetzt will ich mich auf den Weg machen zu Konrad. Ich habe gerade noch ein bisschen Zeit, also ich denke mal so, ja, eine Stunde oder sowas. Geht darum, ich will mal gucken, wie es aussieht. Ich würde mir gerne noch so ein, nicht einen Octocopter, sondern einen Quadrocopter kaufen und einfach mal schauen, wie das Ding so aussieht, dass ich das wirklich in meiner Hand haben kann und sowas. Weil ich habe ja die GoPro und dann wird es vielleicht mal ein paar Luftaufnahmen von mir geben. Mal schauen. Also erstmal preislich abchecken, was das Ding denn wirklich kostet. Und dann, ja, einfach mal gucken, wie das gebaut ist und so weiter und so fort. Also da gibt es ja verschiedene Modelle. Na, schau ich mal. Und das wäre richtig nice. Also das kann ich mir schon richtig gut vorstellen. So dann, ja, vor dem Haus eben starten und dann eben ums Haus mal rum und sowas. Und was weiß ich, wenn man zum Beispiel auf dem Auto treffen ist oder sowas, geht das bestimmt richtig geil ab. Ja, kann ich mir richtig geil vorstellen. Ja, schauen wir mal, wie das sein wird. Ich wünsche euch was. Ciao, ciao.